Du bist auf der Suche nach den besten Black Friday Angeboten und suchst den Shop mit den reduziertesten Artikeln, dann bist du im heutigen Video genau richtig. Wir sehen uns wie immer nach dem Intro wieder. Hi Leute, was geht? Mein Name ist Jrel und ich herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Black Friday ist perfekt dafür geeignet, sich selbst mit Sachen zu beschenken, wo man bisher zu geizig war, Geld auszugeben oder seinen Liebsten schon mal Weihnachtsgeschenke zu kaufen, die dann auch noch stark reduziert sind. Also man macht sich glücklich, seine Liebsten glücklich und auch noch sogar seinen Geldbeutel glücklich. Beginnen tut die Sales Season am 23. November, also am Montag und geht bis zum 26. November. Das Ganze nennt sich dann Black Week. Am Freitag, also dem 27. November, folgt dann quasi der Höhepunkt. Das ist dann der Black Friday, da gibt es dann die meisten reduzierten Sachen, meistens so bis zu 30%. Und dann geht es nochmal in die Verlängerung bis zum Montag, das ist dann der 30. November. Da gibt es dann nochmal am Cyber Monday meistens Elektronikgeräte, sehr günstig. Aber viele Shops nehmen das auch als Anlass und reduzieren dann auch nochmal andere Artikel, wie beispielsweise Kleidung, Parfüms oder Sportartikel etc. Jetzt kommt aber das große Aber. Shop nicht blind drauf los. Mach dir vorher einen Plan, also mach dir vorher eine Wishlist, beispielsweise bei deinen Notizen im Handy und schreib da drauf, welche Artikel du gerne stark reduziert einkaufen möchtest, beispielsweise ein Nike Air Force One in weiß. Und dann klapperst du alle Online-Shops ab und suchst das beste Angebot raus. Also nimm nicht direkt das erste Angebot an, was du siehst. Und als Hilfe habe ich dir hier unten in der Videobeschreibung ganz viele Shops aufgelistet, wo es die besten Angebote gibt. Die Liste wird täglich von mir aktualisiert, damit du immer up to date bleibst und gar keine Angebote verpasst. Also wenn ich was verändere in der Liste, dann werde ich das unter dem Punkt letztes Update aktualisieren. Also ich werde dann immer das Datum von dem jeweiligen Tag, wo ich dann was verändert habe, da hinschreiben. Und ja, falls du dann beispielsweise eine Sache suchst, sei es ein Air Force One in weiß, dann gehst du auf die ganzen Sneaker-Shops, öffnest jeden Tab davon und gibst da einen dann Air Force One in weiß und siehst dann auf jeder Seite, wo das günstigste Angebot ist. Das Ganze ist ein Community-Ding, also falls du Shops vermisst in der Liste, die ich noch hinzufügen kann, dann schick mir bitte eine DM auf Instagram oder schreib direkt einen Kommentar unter dem Video mit dem Shop und der Rabattaktion. Dann werde ich das Ganze aktualisieren und ergänzen. Bitte aber nur Shops im Bereich Kleidung, Parfümen und Sneaker. Dann werde ich das Ganze aufnehmen. Ich hoffe, die Liste wird dir weiterhelfen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder und bis dahin. Ciao, ciao! Tschüss! 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 Tschüss!